Guten Tag Leute, hier sind wir mal wieder mit einem kleinen Drachenfels. Heute zeigen wir euch die Schlammteilhöhle. Meine beiden Kollegen sind schon drin und warten auf mich. Ich kann nur sagen, guckt einfach zu und genießt die Show. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, und da wären wir dann auch schon beim ersten Boss. Den kriegen wir auch relativ easy runter, ohne große Probleme, auch im Veteranenmodus. Und dann geht es auch schon weiter zum nächsten Boss. Bis zum nächsten Mal. So, dann wären wir auch schon beim ersten Boss. Den zweiten Boss, den machen wir auch ganz locker runter. Ihr müsst natürlich als erstes die ganzen anderen Mobs killen, dann geht das auch. Und dann holen wir uns noch gerade hier die Himmelsscherbe, die hier hinten ist. Und dann machen wir uns auch schon danach auf den Weg zu dem nächsten und letzten Boss. Und dann kommen wir uns auch hier. Und dann geben wir uns dann auf die Form. Bis zum nächsten Mal. Und damit wären wir auch schon wieder beim letzten Boss. Den töten wir natürlich auch wieder schön für euch in Zeitlupe. Ich werde auch hier ja keinen Detail verpasst. Wir schließen die ganze Sache ab, kriegen die Errungenschaft, Erfahrungspunkte und so weiter. Und damit kann ich eigentlich nur was sagen. Dann sehen wir uns auch schon wieder beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.